Ja hallo, ich werde mich gerne bei Manu in Heifner und Freunde bewerben. Ich bin ein sehr guter Tänzer und ich kann noch ein bisschen was auf der Basketball spielen. Meine Moves. Ja, und jetzt will ich noch was auf der Basketball vorspielen. Aua! 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 So. Darf ich das Handy mit dem Mund halten, damit ich spielen kann? Ich hoffe, man sieht was. Jetzt habe ich das Handy im Mund gehabt. Das Handy habe ich jetzt nicht selbst geschrieben. Ich kenne nicht, von dem ich ein Kind bin. Also, ich hoffe, dass ich vielleicht einen Schlaz bei Manu in Heifner und Freunde kriege. Danke! Okay. Okay. Ich habe es schon ein bisschen Spaß. Ich habe es in Weich. Und dann muss ich etwas ansetzen.